Hallo und herzlich willkommen zu Social Let's Play, Herr, bis meie Augen. Ich bin jetzt hier, weil ich schon mal hingegangen bin, bevor ich wieder diese Britte habe, kommt noch so ein Scheiß. So. Die Geier kreisen über verfolgtes Essen oder verdammtes Fleisch, wie auch immer. Und da man gleich sehr schaue, Goldgräber in die Miene geht, du, dass ich diese Cash Co. wieder hinführe. Da ja dann die Geier drüber herumkasten, also weil ich dann auch wo die Miene ist, ne? Hau die Nacken, willst du mich? Dann vergiss. Aber konnte es sich bei ihm um eine weitere Manifestation ihrer Blockaden handeln? Vielleicht lohnt es sich ja doch nach... Huch, vergiss, ich werde dir und solange du... Bisschen Arsch. Oh, meine Miene ist gut versteckt. Hm, eigentlich sollte ich mal wieder hinreiten. Ich hätte einen gerettet, oder was? Natürlich. Hab ich da nicht gerade was gehört? Die Geier kreisten über einen bestimmten Punkt am Horizont. Dort musste sich die Miene des Goldgräbers befinden. Hä? Wenn das Zeug in die Atmosphäre gerät, haben wir ratzfatz ein Loch in der Ozone schaue. Du willst doch kein Loch in der Ozone schaue, oder? Ähm, doch. Möchte ich. Also? Es war so heiß, dass die Luft nach Ozonroch. Aber selbst hier hinten kamen die sommerlichen Gerüche nicht gegen den Gestank des Wendigos an. Lilly entschied, etwas dagegen zu unternehmen. Wow. Was war denn das? Oha, der Himmel sieht seltsam aus. Dann könnte ein Ozonloch auf uns zukommen. Das ist nicht gut. Wo ist meine Sonnencreme? Ah, da ist sie ja. Die Flasche sieht da fast genauso aus wie die Enthaarungscreme. Aha. Sicher. Dann fallen die ganzen Haare aus und er verbrannt oder sowas. Oder was weiß ich. Oh, ich glaube es sogar. Oh, es geht los. Schnell einfliehen. Sehr interessant. Ja. Ja, ist ein bisschen nackig, wa? Die Sonnenstrahlen hatten den Wendigo übel zugerichtet. Scheinbar war man hier nirgendwo sicher. Demnach war es unvermeidbar, sich an gefährlichen Orten aufzuhalten. Schöne Scheiße. Nummer 5 Darf ich mir jetzt ein Verstück rein? Nein? 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 Okay. Ach. Du sollst die... Verbot. So. Bitte. Lilly war endlich am Ziel ihrer Reise angelangt. Sie hatte tausend Gefahren getrotzt. Und schließlich stand sie nun hier. In Ednas Versteck. Die Sache hatte nur einen Haken. Edna war fort. Ich habe gelesen... ...gerotzt. Ich bin nicht mehr normal. Nein. Ganz sicher nicht. Das bedeutete nichts Gutes. Ohne ihre U-Hubpfeife ging Edna doch sonst nirgendwo hin. Äh, sie haben doch recht. Ohne ihre U-Hubpfeife. Ohne ihre U-Hubpfeife. So, ohne ihre U-Hubpfeife. Ohne ihre U-Hubpfeife. Verspeist Nur ein Spaß Mir geht es gut Ich habe gerade durch mein Fernrohr die Brücke am Fluss beobachtet Dr. Marcells Schergen scheinen irgendetwas vorzuhaben Ich schau mir das mal aus der Nähe an Wenn ich nicht zurückkomme Musst du unbedingt Hilfe holen Aber keine Sorge Ich pass auf Wo sind denn nur meine Pauke und meine Stroboskop-Taschenlampe? Verdammt Naja Wir sehen uns ja dann Tudududu Tududu ARIF beruhigte Lili ein wenig Aber was, wenn Dr. Marcells Mannen ihre Freundin geschnappt hatten Lili musste zur Brücke und nach Edna suchen Dort würde sie auch Garrett finden Also mir wurde ja gesagt, dass die Musik teilweise die Stimmen übertönt Ich guck mal, ob man das ändern kann sprach wie er müsste doch passen oder irgendwann mal zum fluss wo ätna hingegangen sein soll man hältst die brücke oder ist das zu fassen endlich haben wir die kleine gefunden und jetzt springt der wagen nicht an soll ich verschieben der wagen hätte schon seit monaten zur inspektion gemusst aber seit dem unfall lässt der doktor einfach alles schleifen eine schande ist das also war es war die werte hatten ätna tatsächlich bereits gefunden warum unternahm gerrit nichts lilly musste ihn irgendwie auf sich aufmerksam machen die feiße es war hoffnungslos lilly würde garrett niemals auf sich aufmerksam machen können so lange der uhr ständig dazwischen funkte die mäßig war jetzt auch ein bisschen zu laut die sache passen nicht lilly hast du auch was gehört ich weiß nicht hoffentlich ist schon wieder eins von diesen säbelzahnbild schwein ich bin immer noch ganz außer puste puuuuuuhhhhhh mhm 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 juros mhm 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 Ach so... Sogur! Ähm... hey! Sogur! Heeehhhhh Qua Endlich konnte Lily Garrett das vereinbarte Signal geben, ohne unterbrochen zu werden. Endlich konnte Lily Garrett das vereinbarte Signal geben, ohne unterbrochen zu werden. Garrett schien Lillys Eulenruf gar nicht zu registrieren. Sie startete noch einen Versuch. Dieses... Hast du das auch gehört? Da ist doch jemand. Warte mal, das haben wir gleich. Na, wen haben wir denn da? Ja, das ist doch... Oh-oh. Heilige Scheiße! Das Phantom! Lily schaute den flüchtigen Wärtern noch lange nachdenklich hinterher. Dass unvermittelt bizarre Phantome hinter ihr auftauchten, war sie gewohnt. Die Reaktion von Dr. Marcells Handlangern wunderte sie dann aber doch. Normalerweise ignorierten Erwachsene diese gestalten. Na komm, haben wir den Schlüssel und... äh, geht zum Wagen und den Schlüsselbund. So... So... Lilly, so ein Glück. Ich dachte schon, sie hätten dich erwischt. Edna hatte leider nicht so viel Glück. Ich konnte beobachten, wie sie geschnappt und zur Anstalt gebracht wurde. Damit ist die Beweislage endgültig klar. Ich werde mich sofort mit der Einsatzleitung in Verbindung setzen. Am besten rührst du dich nicht von der Stelle, bis ich Verstärkung geholt habe. Das kann leider seine Zeit dauern. Und ich kann nicht garantieren, dass Edna noch am Leben ist, wenn der Befehl für den Einsatz endlich kommt. Mit etwas Glück foltert Dr. Marcell dann den Freundin noch ein wenig. Bevor er sie schließlich seziert oder... was er auch sonst immer mit ihr vorhat. Das würde uns etwas Zeit verschaffen. Wahrscheinlich muss sie sich von einigen Zehen oder Fingern verabschieden. Naja, sei es drum. Du wartest auf jeden Fall hier. Ich hole dich dann morgen oder spätestens übermorgen genau hier ab. Wobei übermorgen ja Feiertag ist. Naja, du wirst es ja sehen. Warte es einfach ab. Lili hätte sich wirklich gerne an Garretts Anweisungen gehalten. Aber nun, es gab triftige Gründe, das zu tun, was sie stattdessen tat. Warte es einfach ab. Etwas freundliches ging von dem postviktorianischen Anstaltsgemäuer aus. Es war fast, als hätte der Architekt versucht, das Wort Willkommen mit Mauersteinen und Stacheldraht auszuformulieren. Diese unausgesprochene Einladung fand ihren Höhepunkt in einer fast zugewachsenen Hintertür. Und Lilly hatte vor, sie dankend anzunehmen. Ja, ich bin das aber mal im Part hier und man sieht sich dann im nächsten Part. Ja, du datos hat ja duチех. Ja, okay. Du bist das, danke.